Wenn unsere Welt in Gefahr ist, ist ein Team bereit loszusausen. Hat er schmausen gesagt? Äh, nein. Ich sagte sausen. Der Meteorit kommt direkt auf uns zu! Endeckung! Wow! Er strahlt eine Art Energie aus. Ich war das nicht! Wahnsinn! Ich glaub, wir haben Superkräfte! Und deshalb trage ich einen Helm. Superkraft ist sagenhaft! Ich bin eine Abrissbirne! Ab ins Wasser! Guck mal, heut Pfoten! Na toll, jetzt schießt der tollpattige Hund Feuerbälle aus seinen Pfoten. Eine neue Art von Superhelden. Superkräfte gibt's wirklich! Wir brauchen einen neuen Namen! Wie wär's mit Paw Patrol? Aber mehr mit einem gewissen Extra! Oh je! Wie wär's mit... ...die Superhunde? Diese Superkräfte gehören mir! Achtung, heiß! Die schnapp ich mir einen nach dem anderen! Ich fass es nicht! Ich kann sprechen! Ich hab zu viel zu sagen! Her damit! Showtime! Sieh mal einer an! Besser, besser! Er sieht irgendwie ganz anders aus! Alles klar, ihr Wettbewerb! Schluss mit Lustig! Wenn Sie einen von uns angreifen... ...greifen Sie uns alle an! Also los! Yeah! Jetzt, wo wir Superrunde sind, kann ich doch nicht einschlafen! Du bist bestimmt müder als du! Ach, das glaub ich jetzt einfach nicht! Ich hab zu viel! Ich hab zu viel! Ich hab zu viel!